Erinnerst du dich an dieses Gefährt, lieber WeHawk? Oh ja, der Warthog! Warthog! Ja, wir müssen wieder! Über den Highway! Highway! Ja, super! Buck, schieß doch mal! Wozu hab ich dich da hinten drauf, du nutzlose Stück Scheiße! Verdammt! Immer diese Offiziere, die nichts können! WeHawk ist geschockt, wie ich auf einmal abdrehe hier! Erstmal alles überfahren und dann kannst du immer noch weiter, ja, alles gut! Richtig! Die überfährt uns auch! Wir müssen aufpassen, die überfährt uns mit! Also, wow! Hilfe! Ich hab Buck verloren! Buck! Steig auf, du Sack! Danke! Zieh mal ein bisschen besser, ich überfahre die hier sonst alle noch, bevor du überhaupt was getan hast! Moment! Wir steigen aus! Der ist nicht schön! Erst drauf! Den nehmen wir! Der ist viel schöner! Und hat keine Waffe! Steig ein! Huah! Alien über Fahrmodus! Das ist natürlich auch Fahrmodus! Was? Wie er halt in den anderen wieder einsteigt! Was zum Henker? Buck! Du Sack! So! Schrecklich! Ich sag eigentlich nur, fahr an den anderen, aber nö! Ich bin Buck! Ich bin dein Chef! Ich fahr einfach den, der eh kaputt ist! Ich bin ein Hummel! Buck! Buck war obey, hat sich zerstört, oder? Du포-Seelenis, die wirklich f divisions ihrer sc contar Unfall Action 4 Wir waren Werfenfall auf dem Heil, und Tack feiert du was nur geboten an und ich schieße ich muss man mich beeilen weil dort vorne ist sie ja schon ein bisschen vorgefahren wir fahren einfach mal voll hinterher ja ja ich habe mein ding schon wieder an die wand gefahren war es halt so war eins so wo wurde aber da war da war da hat er da hatte du da da also back hat ein paar probleme mit diesem schrecklich schrecklich immer die sache ist einfach lassen wir versuchen wir mal fährt back back bist du bereit zu fahren nee ich habe kein führerschein er setzt sich auf den beifahrersitz das ist das ein witz er setzt sich auf den beifahrersitz ja damit er nicht fahren muss ich will das ding jetzt möglichst noch mal drehen damit er wenigstens am mg hinten sitzt egal fahren wir dagegen so ein verkehrs- und verlobten das sind beiden armen wortel kündigte noch mal und was ist mit back ich weiß es nicht lebt er noch ja er lebt ich habe steig ein oder sie besser ziemlich demoliert aus macht nichts er ist ein wort auch kein kann dort gar steht wenn man die kreis schon wieder dort vorne sie läuft schon wieder total amok oh mein Gott ich wollte mal sage ich waren sie gleich und vorne ziemlich schlingern mich wundert dass wir noch geradeaus fahren können ja und hier ist es super nehmen müssen warten dass sie kommt nach immer muss man auf diese frauen hier warten das ist schrecklich wenn sie hier alles platt fährt Bagger Oh Gott Oh Gott Boah lala Aussteigen Bagger am Auto sind ungut sind sehr ungut Sterbt doch ihr räudigen Kackviecher Ups jetzt habe ich Bugs Auto angeschossen Beziehungsweise unserem Warthog Lebt da noch einer? Nö Ich hoffe nicht der Warthog er ist so wunderschön inzwischen und er fährt noch immer aber die Dinger sind so hart im Leben das ist grandios Fahr bei Veronica Schau dir das mal an Die kann das? Und wir nicht Warum fahren wir nicht das Ding? Ja weil ich das voll gemacht AHHHHH AHHHHH Das war Barrow Hahahaha Genau Barrow mit dem Warthog Der Panzer ist auch nicht mehr funktionsfähig Schade AHHHHH Oh mein Gott Ich möchte sagen ich bin ein sehr guter und AHHHHH Angenehmer Fahrer Mach das Ding noch vollständig kaputt wenn die es so weitermacht Eiei Da komm ich durch Da komm ich durch Himmelschirn und ich Komm durch AHHHHH 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 Schiff Gerb Also diese Stelle des Spiels macht irgendwie Spaß Ich weiß es auch nicht Sie ist sehr witzig Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Buck blickt es und steigt mit auf Buck Ein neues Auto Buck Ah Es hat geleckt Ah Leck Oh ja habe ich auch gerade Hilfe Hilfe da ein Es leckt noch immer leicht Es leckt noch immer leicht Wir pausieren kurz und sind gleich wieder da Und wir sind zurück ich habe direkt wieder auf Aufnahme gedrückt Die Lecks haben sich eingependelt Wir müssen dafür sorgen dass Buck da aussteigt Steig aus Buck Steig aus Buck Steig aus Buck So So dann bin ich wieder Entschuldigung Irgendwie hat das sehr lange gedauert bis diese Datei mal abgespielt ist Das kann ich verstehen Ich hätte mich als Computer auch geweigert So In kleinen Moment Ich will dass Buck hier aussteigt Ich muss den erstmal zum Aussteigen bewegen Und das ist meistens nicht zu leicht So Ja das glaube ich Weil der sitzt da drin und denkt sich auch Ja ich bin Gott Du Penner Ja so ungefähr Hey Buck Weißt du was Nimm die Haftgranate Danke So Du kommst jetzt mit du Pisser Der Typ ist aber sehr nervig jetzt gerade Ja vor allem wir haben da vorne einen neuen Warthog und der bleibt im alten sitzen Buck Komm Ey Dieser Buck ist echt ein Arsch Lässt sich rumfahren Ja besser hätte ich das nicht sagen können Ich glaube das ist Don Salieri aus Mafia Komm her Steig ein Meine Sohlen werden dünn lass mich rein Ich brauche ein paar Ziele Jetzt regt er sich auf dass seine Schuhsohlen dünn werden und er einsteigen möchte Nö ich bin nicht kurz vorm ausrasten Nur so ganz knapp Ich erschlage ihn gleich Oh da ist ein kaputter Phantom Oh da ist ein neuer Water Den würde ich jetzt ja auch unbedingt brauchen Super viele Gegner Wir fahren einfach drüber Ja Er wollte Ziele weißt und wenn er welche hat dann trifft er nicht mal dass sie kaputt gehen Also der hat echt Probleme Stimmt Uiuiui Uiuiui Millimeter Arbeit da dran nicht gegen zu klatschen Aber ich möchte sagen Unser Warthog sieht nach einer Fahrt noch ganz gut aus Ja Mit dem kommen wir ziemlich gut durch Da ist schon wieder ein neu Oh 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 Den will ich haben Steig aus Der hat was sehr sehr schönes Buck steig ein Der hat hinten eine Gausskanone Bring mich einfach ab Diese Kanone ist ein sehr sehr angenehmer Laser Richtig Ui Fahr weiter Veronica Ich bin hinter dir Benchies Oder was Hier der Laser du siehst ihn Er ist nur sehr schlecht im schießen unser Buck Daher Ist das nicht toll Zerstöre sie alle Ich steig aus denn ich mag dich nicht und geh selbst an ein Gauss Kaputt Kaputt Wo ist der Benchy Da ist der Benchy Da ist der Benchy mal kaputt So ich steig wieder ein und fahr wieder vor Juhu Juhu So leicht geht das Schieß Und schieß Und schieß Da 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Wir müssen da rein Die Tür geht auf Weil ein großes Auto ranfährt Und diese auch Juhu Und da steht schon wieder neuer Warthog Als ob ich meinen Warthog so schnell schrotte Gut ich schrotte ihn so schnell aber Heiei 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 Scheiß Ding Heiei Da oben Guck mal Eine Scareweb Ist sie nicht putzig? Sie ist sehr putzig Ich möchte dass du sie für mich reitest Äh Also nicht so Sondern Du quasi einsteigst und Ja sie steuerst Äh Sprich lieber nicht weiter Rehawk Du reitest dich nur noch mehr rein Okay Oh mein Gott Scheiß auf den Motor Oh mein Gott Steige aus Heiei Ein Pansee Oh mein Gott Ein Skorpion Panzer Das Schöne ist Ich kann schießen Sehr gut Darauf freust du dich doch schon den ganzen Tag Auf jeden Fall Gehen wir dann durch Wo vernichten die Erde Ja Mein Gott oder ist aus So einfach weiter Ja Huah Huah Phantoms vernichten Was bist du denn Doda Stirb So jetzt sind wir endlich mal ähnlich mächtig wie Unsere liebe Veronica Oh ja ganz schön viele Panzer So viele Pansee Der ist kaputt Hilfe Und Banschies Und Legs Mal wieder Ja Die sind am allerbesten Aus sinnlosen Gründen Oh je je Oh Nein Oh Veronica du Olle Zibbe Die hat uns am Panzer überfahren Der ist jetzt total im Arsch Die ist einfach drüber gefahren Diese Frauen Diese Frauen Ich sag's dir immer wieder Sie töten uns noch Ja Wir brennen deswegen jetzt Du bist über unsere Panzer gefahren Du Zibbe ey Boah Was ist denn heute los? Stirb Haha Es könnte sein dass die meine Festplatte der Füllung neigt Aber Noch ist Platz Eieiei Moment